Hallo zusammen, ich bin Bisse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization Sex Gathering Storm 1 Russland auf unserem Weg zu einem Kultursieg ohne Theaterplätze. Habe ich noch Platz für irgendwas? Oh, der Tempel hat den Platz für eine Reliquie. Hello everybody! Wer hat noch eine Reliquie für mich? Nein, wir werden wahrscheinlich langsam so ein bisschen nicht mehr Bock haben. Es sind alles Artefakte. Und David. Mir irgendwas zu geben in dem Tourismus, den ich mache, ein Guess, aber wir können trotzdem mal entscheiden. Warte, der Deutsche hat die Reliquie, oder? Ja, ja, ein Bad ist hier von gelesen. Ein Bad? Ja, ich sollte mir definitiv den Bad zulegen. Bock drauf? Nein, kein Bock. Hast du schon Zitronen? Nein. 24 Goldbrunnen ist ein bisschen derb. Wie wäre es mit diplomatischen Annehmlichkeiten ist dazu? Äh, diplomatischen Nicht-Annehmlichkeiten. Diplomatische Gunst stattdessen. Put da mal rein. Schauen, ob es in den Grün wird. Oh, Wale könntest du auch noch haben. Okay, wie wäre es mit Wale und... Oh, okay. Ah nein, beides. Fein. Wie lang. No Props. Habe ich ihm jetzt das Geld gerade auch gegeben? I might have. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, du hast den Tempel fertig gebaut. Wonderful. Jetzt baust du eine Kathedrale. Okay, das war das einzige Platz, oder? Bis wir diese Kathedrale... Oh no, wir haben noch einen Tempel. Ähm, wir kriegen aber wahrscheinlich nicht noch eine Reliquie von dir, oder? Du Bock auf Kohle? Mein Gott, der hat zu viel von dem Zeug, hey. Wie wäre es mit Pferden und Kohle? Hast du aber Bock auf... Ich soll es erst mal schauen. Hast du Bock auf Pferde? Nein. Okay, hast du Bock auf Kohle? Nein. That's a problem. Hast du Bock auf irgendwas, was ist so Gold? Wir haben nicht mehr mehr ein normales Kunstwerk hier. Das sind alles religiöse. Damn it. Okay, wie viel willst du dafür haben, geldtechnisch? Kind of... Is it worth it? I'm not sure. Probably. Probably. Okay. Haben wir noch einen Handelsweg zu dir eigentlich? Wem zu niemandem? Handelsweg. Paulmaker, Friedrich und Trajan haben wir. Ja, die Overseas-One-Side-Problem. Aber ich hätte halt gerne in Frieden, damit ich die nicht die ganze Zeit neu bauen muss. Also nicht 3 zu 3. Dann schicken wir mal nach Kazan. Du kommst aber einmal hier hin. Und dann hier hin. Wir warten, glaube ich, einfach wieder, bis wir uns hin was zusammen sammeln. Also vielleicht will, wie zum Beispiel diplomatische Gunst. Na, für den Moment nix. Für den Moment nix. Für den Moment nix. Für den Moment nix. Okay. Kannst du jetzt einfach... Nein, nein. Ich hab dich erst die Runde gekauft. Mein Gott, die Runden sind schon wieder lang. Einheit benötigt Befehle. Hau dich da ins Eis. Das ist sicher nett. Okay. Sie bewegen sich weiter nach vorne. Very interesting. It's actually a bit scary, right? I don't say... Yo, that is scary. Ähm, du kriegst jetzt wahrscheinlich eine Beförderung, aber es kann trotzdem... Oh, nein, du kriegst keine, weil du tot bist. Wie mache ich 51 Schaden an der Kürassier-Armee? Ich glaube, wir sind schon wieder die Ressourcen ausgegangen. Ähm. Why not, please? Ist es besetzt? Und es ist nicht schön genug? No. Oh, du bist... It's just being a dick again. Zählt das nicht, dass zu dir gehört? ist es wegen der fucking altertumsstätte ist es wegen der fucking altertumsstätte ist ein piste ah nein ich bin die und da ist noch die verbesserung doch right ja all right es ist keine Jetzt ist es sehr schwierig, um dich da zu holen zu holen. Kannst du hier einfach den in Ruhe lassen, vielleicht? Kann doch einfach einen reinkaufen, eigentlich. Wobei, dann musst du wieder raus, oder? Ich kann gerade keinen reinkaufen, I guess. Man, fuck. Ähm... Mann, kannst du mal aufhören mit dem blöden Krieg führen da? Das scheiß mir voll rein, hm? Das ist so high. So fucking high. Du kannst hier nicht dahin und dann dahin, oder? I don't think so. Das ist die Kathedrale abgeschlossen. Jetzt kannst du mal die Außenverteidigungsreparatur machen. Wenn schon, dann gehe ich in den Morden. Ja, ich weiß auch nicht... Wir können noch ein Musikstück in St. Petersburg. Ah, warte mal, können wir ein religiöses Kunstwerk dafür wieder kriegen? Nein, wir haben ja jetzt so ein religiöses drin. Ich habe keinen normalen Kunstwerke mehr herzugehen. Habe ich irgendwann Künstler rumstehen? No. Am I getting this one? Probably. Okay, dann können wir wieder hertauschen, dann können wir was anderes rein geben. Okay, 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 I got it. Sure. Doesn't really matter. Nope. Du darfst mir dann leider nirgendwo hin. Es tut mir auch leid, aber it's how the fucking world works right now. Also, ich könnte... Also, ich könnte... Wobei, ist ein Literaturwerk weniger wert als ein Kunstwerk? Aber ich könnte sie ja trotzdem verscherbeln zumindest, right? Ja. Ja, I should do that. Geh da hin, ähm... Nicht die Kathedrale in Moskau, der Palast in Moskau, ja. Du kommst von hier zur Kathedrale in Astrochan und dann können wir da noch schnell die Schriftsteller Sachen verschärmen. Wobei dann sich wieder die Frage stellt, helfe ich damit irgendwem, sich gegen meinen Kultursieg zu wehren? Wir können ihn beschaffen. Nein, von den blöden Dings ist jetzt fertig, beinahe. Das schaut fertig aus. Nein, ist im Bau. Ich glaube, es ist alles immer noch im Bau. Man soll mich nicht sterben, wenn es ein bisschen braucht, um die Dingses zu bauen. Mhm. Wie bist du auf 9,65? Und, come on, eh, nun hast du deine ganze... Den ganzen Bullshit hier an mir verloren. Und dem Deutsch. Hast du überhaupt schon irgendeine Stadt eingenommen, Junge? Ich glaube, du hast doch nicht mal eine Stadt eingenommen. Ich meine, what the fuck is happening? Kannst du mich klauen? No. Nur wenn du dann da stehst, kannst du mich wahrscheinlich klauen. Will ich nur einen Nationalpark bauen, goddammit. Will ich mir was Böses machen. Äh, bauen wir einen Monument. Gesandte schicken. Aus der Raus Richtung... Banderbrunnel. Ja. Reinhardt. Ein bisschen mehr Geld. Wir schwimmen jetzt nicht mehr wirklich drin. Ah, vielleicht bringen die mehr. Di, 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 di. Schauen wir mal, ob wir die in dem anderen können. Äh, vor allem den Poundy. Poundy, Poundy, du hast noch... Hast du noch irgendetwas Religiöses? Hattest du doch noch irgendetwas Religiöses, oder? Ja, jede Menge. Bock auf eine kleine Nachtmusik? Uuuuh. So langsam teuer. Ähm... Wie wär's stattdessen? Ah, du hast leider auch Wale. Alle haben sie immer Wale. Ähm... Wie stehst du so zu Kohle im Allgemeinen? Bock auf ein bisschen Kohle? Ja. Okay. Ähm... Wie wär's, wenn wir dir mal zwanzig... Zwanzig Kohle geben, hä? Und dann geben wir dir noch zwölf... Annehmigkeiten. Äh... Ich mein diplomatische Gunst. Dass ich dir so, dass ich dazu immer diplomatische Annehmigkeiten sage. Das hört sich nicht mal ähnlich an. Dann gibst du mir der Garten eine Lüste. It sounds pretty dope, I have to say. Und äh, kriegst du für die kleine Nachtmusik. Und ich geb dir drei Gold pro Runde. Ja, that seems fair to me. Wunderbar! Ja, Mozart braucht kurze Pause. That's fine. Haben wir noch Inval-Kathedrale rumstehen? Nein, wir haben nur ein Tempel. Aber wir bauen gerade eine Kathedrale. Ich kann mir das nächste für eine Reliquie her tauschen. Äh, Inval baut eine Kathedrale, oder? I fought so. Ja, du baust eine Kathedrale. Wunderbar! Du baust einen Tempel. Okay, ähm... Ein Monument meine ich damit. Da, wir haben noch einen. Wir haben noch Antonio Vivaldi, die auch rumstehen. Und die ich jetzt natürlich auch. Okay. Okay, okay. Das ist wahrscheinlich, sollten wir mehr zu Poundmaker schicken eigentlich. Weil der viel Kultur macht, nämlich haben. Mit den ganzen Kunstwerken, den er hat. Die er hat. Dass er hat. Whatever. Jetzt immer noch nicht gebaut, oder? Nein, jetzt immer noch nicht gebaut. Wonderful. Oh. Der Java-Mann macht bald. Fertig. Such a quickie, dude. So viele Auslandstouristen. Ähm... No, no, no. I wanna do it first. Nächste Runde. Einer benötig Befehle. Ähm... Du bleibst hier. Du gehst da hin. Nächste Runde. Oh, please stop existing. Oh, wunderbar. Ah, das wird sehr unangenehm für dich ausgehen hier. Ne, wir machen mal ein paar freundliche Schritte zurück. Willst du den klauen jetzt? Probably gar nicht. Können wir dich in die anders locken? Da habe ich ein bisschen Angst. Äh, ich will nur die... Kannst du sie plündern oder so? Ich glaube, der klaut den mehr. Du musst da stehen bleiben. Vielleicht geht der nächste Runde ein bisschen weiter weg. Und dann kann ich mich darüber stellen. Ist aber nervig, dass ich den Nationalpark da die ganze Zeit nicht bauen kann. Ja, die nächsten bauen wir dann da unten. Das ist nicht so ein großes Problem. Ich dachte, ich könnte sie irgendwie reinkriegen. Kannst du mal Frieden machen? Junge... All you do is die. Wie zum Geist, das ist ein positiver Krieg für dich. Ich will ja nicht mal was von dir. Okay. Damals war das keinerlei Chance, irgendeine Stadt einzunehmen. Ich meine, Heidelberg hättest du vielleicht können. Dude, das hier habe ich angeklickt. Du kannst wirklich von... Excuse me? Why not? Oh, Waldhügel mit Wald? Ah, ja. Waldhügel mit Wald. That is why. By the way, du kriegst mal deine Beförderung. Ähm... Makes things a little bad. I mean, not that bad. Servus. Da müssen wir auf dich schießen. Beförderung verfügbar. Na, ich habe keinen Bock gerade auf Beförderung. Ich will lieber das hier killen. Ähm... Vielleicht überlebst du lange genug. Schaut zumindest nicht allzu schlecht aus. Du bleibst hier. Der Rest passt so. Der Kosak könnte sich mal auf den Weg machen. Bis sie aufräumen. Die sind amerikanischen, größten, wahnsinnigen Schweinen. Ich glaube, sie müssen da auf mein Gebiet rumlaufen. Ah, das ist das Monument abgeschlossen. Du hast bereits ein Lavra. Was war das? Das Wohngebiet war das andere. Das kann ich immer noch nicht bauen. Weil wir Urbanisierung erst in einer Runde haben. Also, Paul da... Ah, ja. Da bauen wir den Wasserpark hin. Ich glaube, das hatte ich eh schon vor. Einheit benötigt Befehle. Jo, wart einen Meter. Alter. Vielleicht geht sich die nächste Runde aus. Lass mal mit dir was machen. Wir warten immer noch auf das. Which is a 9. Extrem viel Gold und alles, was mir durch die Lappen geht. Noch abgesehen vom Tourismus. Okay, wurde nicht geklaut. Perfect. At least. That is very good. Ähm... Das passt eigentlich. Ich glaube, es passt immer noch dabei. Ähm... Du hast hier drauf. Du hast hier drauf. Du hast hier drauf. Du machst den hier. Das heißt, du kannst jetzt genau da hin und den weiteren Nationalpark bauen. Wonderful. Alles zusammenhängen. So soll es sein. Du bist Shuxin. Ähm... What the fuck are you doing? Ah, du bist noch nicht mal tot. Call me surprised. Keine Chance, dass du das verlierst. Keine andere Einheit in der Nähe. So. Goodbye. Ähm... Okay. Jetzt vielleicht Bock. Du bist auf... Wie viel Militärische Stärke unten mittlerweile? Auf 520. Junge. Was soll die Scheiße? Das braucht weniger Militärische Stärke als ich. Ja. Die zwei Einheiten noch killen und dann glaube ich, ist es aus bei dir. Aber bitte. Dann killen wir die halt noch, wenn es dir ein Anliegen ist, dass wir das machen sollen. Damit du irgendwie... Du das rechtfertigen kannst, damit du in den Frieden eingehst. Bitte. Bitteschön! Ähm... Okay. Wieviel braucht das nächste Ding hier? 227 mittlerweile. Okay. Okay. Wieso kannst du jetzt da nichts reinhauen eigentlich? Ah, weil wir noch keine Kathedrale haben, wo wir das reinhauen können. Right. Right. Und dann sollten wir uns eh nochmal eine Relike holen für den Tempel. Okay. Das wäre schlecht nehme ich an. Das ist ein bedeutender Sieg. Really? Das ist auch eine Anti-Cavallerie-Einheit. Eh, fuck it. Heil dich lieber eine Runde. Ähm... Sure. Ich meine, er hat wahrscheinlich nicht bei mir viele Schiffe. Ich glaube, nächste Runde schicken wir sie so oder so raus. Ich habe schon ewig keiner mehr gesehen. Er hat nicht so viel Kampfstärke. Also ich glaube, er hat einfach nicht viele Schiffe. Ich habe nicht die Befehle, wirklich. Wer? Du? Ah, wir hätten die Politik ändern können. Habe ich nachgeschaut? Ich weiß nicht. Ey, wir waren erfolgreich. Wunderbar. Ähm... Ist da auch noch tot. Ja, bald haben wir dich wirklich auf so wenig unten. Geringer Sieg. Could do it, don't have to. Nein, wir können das mal löschen. Können wir es jetzt eigentlich im Nachhinein wieder draufbauen? Nein. Meine Außenverteidigungsreparatur. Ja, ich glaube... Ich glaube, wir senden sie mal wieder aus. Also wir wollen zu Mr. Jarvan hier. Entschuldige, da hin. Schicken wir mal zwei zu dem. Weil ich das mit den oberen eigentlich eher hätte machen können. Dann schicken wir einen zum Poundmaker. Dann schicken wir einen Seandjog für Schüssel. Jetzt haben wir Poundmaker Friedrich, Seandjog, Jaiwamann 2, 3 und 2. Schicken wir noch einen Poundmaker vielleicht. Dann noch einen Seandjog. Oder vielleicht sogar noch einen Jarvan. Oh, du hast doch viel mehr Rangier in was zu treffen. Okay. Naja, ich bin sicher nicht. Ich meine, ich habe ein einziges, kleines, unschuldiges Kohlekraftwerkchen. Hätte ich nur das Opernhaus von Sydney machen können. Aber die haben alle Eckerproduktion, die Dingsstätte. Oh mein Kornspeicher. Wieso ist das schon wieder kaputt? Immer sind Dinge kaputt. Da ist auch, gell, da ist das Lavra hin. Naja, ich meine, das Aquarium bringt ja nicht einmal was. Reparieren wir mal zuerst das Kathedrale da bitte. Ist jetzt das Kunstwerk auch hin eigentlich? Das wäre schlecht. Ähm, ich glaube ich, dass du da hin kannst und noch schießen. Nein, weil das war so eine Lüge, dass du da hin kannst. Cool. Ähm. 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 Jetzt keine Erneuerung. Ich meine, das ist nicht so schlimm. Wir kennen dich auch so. Okay. Das ist nur 480 militärische Stärke. Armee. Come on. Stop it. Stop it. Gott, muss ich wirklich anfangen zu sein? Oh. 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 Ich meine, ich könnte selber Schiffe bauen, aber Schiffe sind nervig. Und wo könntest du ein Mondviertel hinsetzen? Da vielleicht, oder so? Da darfst du hinsetzen, auch wegen dem blöden Dings hier eigentlich. Oh, das ist mehr als 3. Es ist mehr als der Felder weg, okay. Ich brauche mich gar nicht aufregen. Das ist alles seine Richtigkeit, leider Gottes. Sind jetzt alle schon wieder geplündert worden gerade? Oder haben wir noch mehr bekommen? Die können ja noch nicht, die sind ja noch da. Die sind ja noch im Hafen selber. Die können gar nicht geplündert werden im Hafen selber. Alright. Ich hoffe immer, dass es euch Spaß gemacht hat. Zusehen, wenn das der Fall war. Also, dann like, dann abonniert den Channel. Aber vor allem, ich schau beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.